So Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr. Out rein, peace. So, The Villain Rivals, ne, auch. Was ist das Geil ist? So, hier, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Weekend League diese Woche war leider sehr schlecht, also wirklich sehr schlecht. Und so, die League war echt schlechte, wir hätten echt Gold 1 holen können, man. Wir standen 19.1 schwach, äh, 19.1, 19.11, schwach, sehr schwach. Ja, wir öffnen das Pack jetzt, Team of the Week ist eh Müll. Oder, äh, die Spieler, scheiße da, Spieler Auswahl. Ja, Müll, bisschen mehr. Ist Müll, ist Müll. Ich erwarte gar nichts. Ich erwarte nichts, aber ich würde mich auch über nichts freuen. Alles Müll, ja. Ja, alle Müll, sehr heilig. Müll, 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 Müll. Aber in den Packs könnte eventuell ein guter Spieler drin sein. Da sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Da sollte man echt die Hoffnung nicht aufgeben. So, wir fangen an mit... Seltere Electrum-Pack. Ne, wir machen Mega-Pack. Wir machen Mega-Pack, ganz entspannt. Wir machen Mega-Pack, ganz entspannt. Wir gehen rein, Jungs, ohne viel zu quatschen. Wir machen jetzt alles schnell fertig. Let's go. Kein Walk-Out skippen. Kein Walk-Out direkt skippen. Gar nicht freuen skippen. Direkt alle abstoßen. Alle, wie die da sind, Digga, abstoßen. Müll-Spieler, Schmutz. Braucht man nicht. Alle wegschicken. So, nächstes Mega-Pack, wir gehen rein. Wir gehen rein, Digga. Let's go. Walk-Out nicht weg. Das ist auch schon wieder hart. Man schwillt die ganze Weekend-League, um nicht zu ziehen. Das liebe ich am meisten an FIFA, ehrlich. Ich schwere, das liebe ich am meisten, Digga. Man zieht einfach nichts. Warum habe ich die abgeschossen? Ja, die waren nicht mehr auswärts. Also, ich habe nichts für die bekommen. Die waren untrade. So, was machen wir jetzt? Seltene Gold-Pack. Let's go. Seltene Gold-Pack. Das Ding ist, Full Champions 86 Plus Upgrade haben wir schon gemacht. War der Walk-Out? Nee, ne? Schwanz. Schwanz und Soße. Was genau, was genau, was genau, was genau, was genau, was genau. Schwanz und Soße, Digga. Peinlich. Ich wusste nicht, dass die untrade sind. Das habe ich nicht gesehen. So, seltene Megapack. Wir machen seltenes Electron-Pack. Let's go. Bitte Gott, wenn du uns liebst, dann gib uns einen guten Spieler. Ja, wow, 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 wow. Bitte Frankreich, ja, England. Was heißt? LF, Sterling. Sterling, stabil. Sterling ist stabil. Sterling 50k-Wert, aber das Ding ist, ich wollte Sterling eh als Tapol. Das Ding ist, jetzt können wir ihn behalten. Ah, das ist eh anträgt. Okay, das ist eh anträgt. Sterling ist nicht schlecht. Sterling kann man beiden. Sterling kann man beiden auf jeden Fall, Digga. Sterling. Sterling, Sterling, äh, der ist guter Sub, ne? Ich habe letzte Woche mit Leihspieler Sterling gespielt, Digga hat so Spaß gemacht als Sub. Sterling als Sub ist unnormal, ehrlich. Er und Orsic, wenn die beide reinkommen, ist vorbei. So, seltenes Electron-Pack Nummer 2, wir gehen rein. Bitte noch ein Walker, bitte Cristiano Ronaldo. Das wäre cool. Bitte Cristiano Ronaldo. Schwach, 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 auch nichts Besonderes, Digga, alle direkte Vereine tun, kann man in SBCs verwenden. So, noch zwei, seltene Megapacks, Digga. Ich habe, die hoffen, noch nicht verloren, dass irgendwo vielleicht Sterling Ronaldo oder so drin ist. Wir gehen rein. Let's go. Let's go. Nein. Schwach. Wir haben die ganze Weekend-Link geschwitzt für nichts, so wieder, ne? Für nichts. Das ist schwach, Digga, ja, das ist wirklich schwach, ehrlich. Das ist schwach, Digga. Das ist schwach, Alter, ja. Sag ich euch so, wie es ist, Jungs. Das ist sehr schwach. Go, einfach nicht mehr, Digga. Gar keinem auch so viel zu labern. Dann lösche ich mich einfach, ne? Ja, keinem auch, Gott, Digga. Das war's. Das war's, Jungs, das war's. Ja, 85. Juhu, ja. Alle weg. Schau. Man kiegt ja nicht mal an Mandy oder so, der ein bisschen was wert ist, Digga, als kein Rockout-Spieler. Schwach, ich schwere. Schwach. Schwach. Hat's wieder voll gelohnt, die wirklichen Spiele, Jungs? Egal. Danke, dass ihr in dem Stream dabei wart, Jungs. Wir sehen uns heute Abend. Vielleicht auch ganz entspannt wieder, ne? Haute.